Musik Auch in diesem Jahr sendet Alex live im Fernsehen und online von der Media Convention auf der Republika. Genau, wir mischen uns für euch unter die Gäste, sprechen mit den Speakern vor den Bühnen rund um das Thema der Zukunft der digitalen Gesellschaft. Wir haben einen Blog, auf dem ihr das Bühnenprogramm der Media Convention live streamen könnt. Zudem haben wir zu dem Programm noch vielseitige Einzelrubriken und welche das genau sind, das erfahrt ihr jetzt. Wir fragen die Frage der Stunde und fangen die Meinungen des Publikums für euch ein. Was ist Netzneutralität und was ist eigentlich eine Hate Speech? Unsere Jugendredaktion Digger traut sich die Fragen zu stellen, die wir uns niemals trauen würden zu fragen. Bei Auf einen Kaffee mit nehmen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit für unsere Interviewpartner und plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen. Je nachdem, wie viel Zeit so eine Tasse Kaffee eben in Anspruch nimmt. Passend zur Media Convention und zur Republika sind wir von Alex Berlin jetzt auch auf Snapchat. Folgt uns und bekommt Einblicke hinter und vor der Kamera. In meinem Podcast werde ich euch mit auf die Republika und die Media Convention nehmen und euch an all meinen Erlebnissen inklusive der Eröffnung teilhaben lassen. Schaltet ein, kommt auf unseren Blog und folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat. Wir sehen uns auf der Media Convention. Wir sehen uns auf der Media Convention.